herzlich willkommen zu unserem drop serien talk unser heutigen review von white lines white lines ist eine netflix serie die von den machern von the crown und money heist beziehungsweise hauses geld ist und die haben jetzt endlich einen draufgelegt und wollen natürlich an die erfolge dieser ersten beiden serien anknüpfen die serie dreht sich größtenteils um laura heddock zoe die auf ibiza versucht herauszufinden wieso ihr bruder gestorben ist ibiza wie gesagt der zentrale ort und white lines wie der titel schon sagt es geht natürlich auch um drogen und beziehungsweise illegale machenschaften könnte man sagen die sich im hintergrund abspielen und dieses ganze drama zusammenführen und zwar der bruder von zoe axel collins der wurde oder waren manchester beide haben dort gelebt er ist abgehauen nach ibiza um dort sein leben zu leben und sich zu finden und das schickt natürlich nachdem er gestorben ist und 20 jahre später rausgekommen ist das ganze beziehungsweise man hat dann herausgefunden warum der beziehungsweise laura will herausfinden laura heddocks charakter zoe möchte herausfinden warum der bruder gestorben ist und das spielt halt die zentrale rolle und führt auch alle handlungsstränge es sind nämlich relativ viele zusammen weil das was die leute die wir dort sehen die charaktere die haben alle irgendwie was mit axel collins zu tun gehabt und zwar von seinen freunden mit denen aus manchester wie gesagt abgehauen ist bis hin zu neuen liebschaften und die eltern der liebschaften und dann freunde beziehungsweise irgendwelchen anderen leuten die mit einer familie mit den kalafats zu tun haben und das ist wirklich diese mystery part ist wirklich ganz gut gelungen das fand ich auch und wie gesagt sind schöne bilder von schönen menschen die viel party machen was natürlich dieses klischee von ibiza natürlich hergibt aber man muss auch natürlich sagen dass die anzahl von charakteren die dort eine rolle spielen einfach so groß ist das natürlich die haupt story ein bisschen verloren geht meiner meinung nach beziehungsweise handeln auch einige charaktere sehr sehr untypisch so ist charakter will natürlich irgendwo oder beziehungsweise machte diese in diesen acht episoden sind eine art wandlung durch ist sie wird erwachsener sie wächst an ihren an den problemen mit denen sie zu tun hat beziehungsweise mit der vergangenheit die sie aufarbeiten möchte weil sie hat natürlich auch ist eine psychiatrische anstalt gelandet und oder beziehungsweise war in behandlung und ist immer noch in behandlung was wir natürlich auch öfter hören und weil sie mit ihrer therapeutin spricht und das ist wirklich manchmal ein bisschen fragwürdig weil das was wir dann von ihr hören beziehungsweise wissen spiegelt nicht das ganze wieder was ihrem verhalten oder beziehungsweise was ihrem charakter typisch wäre und das finde ich macht die serie halt ein bisschen fragwürdig einmal hinstellen und auch dass er dass der bruder ja wie gesagt die haupt also es geht um diesen mord und es gibt teilweise einige folgen wo der bruder halt gar nicht gar keine rolle spielt beziehungsweise man vergisst schon ganz und gar dass er da ist man kann auf jeden fall aber sagen dass die serie in zeiten von corona vielleicht ganz gut ist und kann sich ganz gut zur ablenkung lohnt um mal wieder dieses urlaubsfeeling zu bekommen und man kommt raus und das ist echt ganz cool geworden weil sie auch schön aussieht dass das muss man sagen ist halt dass man merkt dass es eine hochwertige produktion ist und ich finde auch sehr gut dass halt dieser mix ist zwischen spanischen schauspielern und englischen schauspielern das kommt echt gut zusammen und ja ich muss sagen ich hatte zwischenzeitlich echt mehrfach überlegt mit der serie aufzuhören aber insgesamt habe ich doch habe ich doch hat sich doch eine gelohnt wäre übertrieben aber ich habe unterhalten sagen wir so ich war unterhalten und das hat das hat es für mich ausgemacht dass ich dieser serie weiterhin treu geblieben bin sozusagen sie bis zu ende geguckt habe und ja sie wirft auch natürlich wie gesagt mit den schönen menschen um sich die eine kika die tochter die ein love interest war für axel und dann natürlich der boxer der dann natürlich irgendwo zu einem love interest für zoe werden musste und was man natürlich schon meilen gegen den wind riecht alles spielt da zusammen und naja es ist halt es ist so ein bisschen rosamunde pilcher würde ich jetzt vielleicht nicht sagen aber so ein bisschen schon sehr hier wie heißen die groschenroman mäßige love story auf jeden fall kann man das ding mal gut schnell weg gucken weil es jetzt nicht die spannste sache ist aber es ist auch nicht die ununterhaltsamste sache deswegen ist meine wertung auch sehr im mittelfeld ich gebe der serie sechs von zehn punkten es ist okay guckt euch an wer ein bisschen zeit hat wer ein bisschen abschalten möchte wer einfach raus möchte aus sag ich mal einem grauen deutschland die letzten tage waren da ein bisschen verregnet sonne kommt hoffentlich wieder aber ibiza und sonnenschein und schöne menschen zu sehen in quarantänezeit kann natürlich schon mal ein bisschen ablenkung sein und deswegen glaube ich funktioniert die serie auch in dieser zeit wirklich sehr gut ich bin gespannt ob ihr sie gesehen habt ob ihr es noch sehen wollt meinerseits wie gesagt ist es eine empfehlung guckt sie euch an sechs von zehn ist noch guckbar würde ich behaupten alles drunter ist vielleicht nicht unbedingt eine what to watch empfehlung aber lasst mich in den kommentaren wissen was ihr so denkt macht's gut